peace freunde was geht und herzlich willkommen zu einem neuten video auf meinem kanal in diesem video kommt das lange sehnte beschleunigung test video und zwar werden wir heute mal gucken wie schnell geht denn die karre von 0 auf 50 von 0 auf 70 und von 0 auf 100 dazu werde ich auch noch einen kleinen soundcheck machen und ich werde auch gar nicht lange rumlabern ihr werdet jetzt im anschließenden clip direkt sehen wie lange ich gebraucht habe von 0 auf 100 mit meiner aprilia sx 125 aus dem baujahr 2021 euro 5 genau lasst gerne schon mal ein like und ein abo da aktiviert auf jeden fall auf gar keinen fall die glocke ihr seht ich bin heute so motiviert weil das wetter mal wieder richtig geil ist okay jetzt viel spaß einfach bei dem video kurz mit dem soundcheck direkt an und danach machen wir dann den beschleunigung test aber ich dachte hier ist gerade ganz entspannt sich hinzustellen kurz sagen wir mal kurz die neutralen rein als wie gesagt ist das euro 5 das heißt der sound ist natürlich jetzt nicht gerade der beste aber ich habe schon mal ein video oder das video wird noch hochgeladen oder ist schon hochgeladen worden dass es kommt nämlich jetzt neue auspuff als euro für euro 5 in sport auspuff raus schaut das video auf jeden fall an wenn es noch nicht draußen ist dann wartet bis das video rauskommt und schaut euch dann an also wir sagen wir machen jetzt mal einen kleinen soundcheck hier ich muss sagen ich finde den sound sogar ein bisschen besser als bei der alten also bei baujahr 2020 und runter weiter drunter also ich muss sagen es geht eigentlich schon es ist okay also bei hoher drehzahl ist der sound noch mal ein bisschen krasser ich werde auch mal ein raw video hochladen da habe ich auch richtig bock drauf das werde ich wahrscheinlich dann die nächsten tage auch mal hochladen oder bis zum seite abdrehen also es geht was soll ich sagen ich kann mich eigentlich nicht beschweren ich finde es echt in ordnung ich hätte natürlich lieber einen krasseren auspuff der auch noch lauter ist aber man kann ja auch nicht alles haben von dem her ich bin zufrieden mit dem motorrad allgemein komplett ja genau das war dazu dann kommen wir jetzt zum speed track wir machen jetzt noch mal hier kurz auf diese geraden für den billigen spieltest von 0 auf 50 dann vielleicht noch von 0 auf 50 und von 0 auf 100 muss man schauen ich darf man auf jeden fall ich habe ja gerade gehört dass mein mikrofon leider nicht so ganz funktioniert auf jeden fall haben wir jetzt von 0 auf 50 4,6 55 sekunden gebraucht so jetzt machen wir weiter mit von 0 auf 70 so von 0 auf 70 habe ich jetzt 6,990 sekunden gebraucht so ich habe jetzt doch mich noch entschlossen ich werde auch noch ein top speed machen jetzt auf noch auf eine strecke wo ich auf jeden fall ein bisschen schneller fahren darf also 120 mehr werde ich wahrscheinlich eh nicht packen genau junge fahr halt noch hinten auf alter sorry ich muss erstmal beschleunigen das geht nicht so schnell es ist so windig ach du scheiße ich war jetzt schon 100 das fühlt sich so sketchy an digga und ich ziehe so eine schlange hinter mir her das ist mir so unangenehm ich hasse das auch wenn die selber schuld sind auch wenn ich keine schuld habe es wird es trotzdem unangenehm weil ich finde es immer irgendwie stressig wenn ich so den druck habe von leuten die hinter mir fahren aber es ist mir ehrlich gesagt groß ich riskiere nicht mein leben nur dafür dass die hier keine ahnung 130 waren können oder was egal jetzt können wir noch ein kickdown geben jetzt gehen wir in die schnelle position ach du scheiße ist das sketchy 116 komm 118 120 komm 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 da geht noch was da geht nichts mehr da geht nichts mehr ja doch 121 ah ok merke ich glaube ich nicht hin 121 war top speed alter ich habe so einen druck auf den ohren leckt mich am arsch so an der stelle hat sich mein mikrofon mal wieder verabschiedet ich weiß nicht irgendwie hat das manchmal bock und manchmal auch nicht naja das war es jetzt eben mit dem video lasst gerne wie gesagt nochmal ein like und ein abo da aktiviert auf jeden fall die glocke um nicht so zu verpassen jetzt wird auch glaube ich das wetter wieder besser wie gesagt wir werden jetzt auch wieder mehr videos auf euch zukommen ich wünsche euch noch einen traumhaften tag beziehungsweise glaube ich jetzt auch ferien für alle die hier aus der umgebung kommen und ja dann haut rein ciao